in die mitte wichtig ist wir brauchen diese 60 kisten 30 kisten eigentlich 30 hier also haben wir noch ein paar so jetzt passt jetzt haben wir keine sticks sagen ich brauche noch sticks nach oben eine menge sticks ja das passt gerade so so dann haben wir die 60 dinger hier also wenn ich richtig gerechnet habe müssten alle plätze voll belegt werden das sieht schon mal richtig aus jetzt muss ich sneaken wir kommen die jetzt da rein hm Wie kriege ich die jetzt da rein? Wie ging denn das? Ah. Ähm, ja. Wie ging das nochmal? Scheiße. Wie habe ich denn das? Brauchen wir da nicht ein Table? Da brauchen wir doch einen extra Tisch für. Stimmt. Framing Table. Da ist er. Okay. Stimmt. Ähm. Jum Jum. Framing Table. Stimmt ja. Stimmt ja. Genau. Ähm. Und zwar holt 16 Stacks per Draw. Okay. Dann darf ich die alle nochmal abreißen. Das war ein bisschen voreilig von mir. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich... Ich brauche Ingets. Ich brauche... All. Ich brauche Blöcke. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich wirklich... Die so brauche. Na, ich mache es erstmal so. Vielleicht kommen da ja noch viele Ingets mit dazu. Oder Kohle können wir hier auch reinmachen. Und alles mögliche. Dass wir hier auch mächtig... Also Platz wird man mehr als genug haben. Ich werde jetzt gleich da mal von oben... Wenn wir die Draw platziert haben, wird man von oben die ganzen Ressourcen holen. Von draußen die Ressourcen. Die wir auch schon zum Teil geschmolzen haben. Werd die schon einsortieren. Und dann gucken wir mal, wie voll das Lager schon wird. Und wie gesagt, das soll nur ein Metalllager werden. So. Irgendwie sieht das nicht aus wie Birchwood. Ist schon okay. Funktioniert auch. Das ist das Wichtigste. Es gibt da noch irgendwelche Upgrades, die man reinmachen kann. Irgendwie hier genau. Sneaken. Sneak-Klick. So. Haben wir hier schon irgendwas? Genau. Diese Shards zum Beispiel. Die können wir hier auch erstmal reinmachen. Bis wir dafür einen anderen Platz gefunden haben. So. Die Shards. Dann haben wir hier zum Beispiel diese Teile. Diese Teile. Seltsame Erde. Äh, seltene Erde. Da, warte mal. Da würde ich gern kurz einmal einen Block draus machen. Dass man sieht, was daraus möglich ist. Das mache ich nämlich immer sehr gerne. Ähm, Kohle. Kohle machen wir mal Tinicol noch. Dann können wir noch einen Kohleblock machen. Dass wir alle möglichen Varianten davon haben. Und Erz natürlich, warte mal. Erz kommt dann ganz unten. Sobald wir Silk Touch irgendwie drauf haben. So. Dann machen wir Kupfer. Eisen. Eisen. Machen wir auf jeden Fall zwei Stacks vor. Dann haben wir Gold. Machen wir auch mal zwei. Kupfer auch. Zinn können wir auch mal zwei machen. Das haben wir noch eher. Black Quartz. Das ist eher untypisch. Das machen wir mal weit nach hinten. Quarz. Neter Quarz. Kommt hier oben mal rein. Das sieht schon gut aus. So. Es gibt natürlich jetzt wieder einige Sachen. Die haben wir gar nicht mehr in Erzform. Das ist aber nicht so wild. Iron Inget. Warte mal. Wir brauchen noch. Ein bisschen Platz. Das ist Bronze. Bronze haben wir auch schon. Ich mach grad mal. Ne Gold können wir. Das machen wir grad mal weg. So. Weil ich möchte auch natürlich noch Nuggets haben. Nuggets kommen ganz oben. So. Und dann haben wir hier eigentlich noch. Ach, da war nicht drin. So. Mal Blöcke. Sind natürlich auch interessant. Ja, so soll das Ganze aussehen. Tin. Zwei Blöcke. Nuggets. Tin. Die kann man irgendwie auch locken, gell? Ich weiß nicht mehr, wie man die zumacht. Bronze. Aluminium. Nickel. Silber. Lead. Aluminium. Brass. Ist natürlich wieder schon was Spezielles. Genauso wie hier die Bronze. Äh, da mach ich, glaub ich, das einfach so. Genauso wie das Nickel. Nein, Nickel, lassen wir mal so. Ähm. Aluminium. Standortaluminium gibt's natürlich schon ein bisschen. So. Alles so ein bisschen einrichten. Und jetzt kommt noch Eisen. So. Haben wir nur 18 Eisen. Also ne, das haben wir ja schon. Iron Nugget. So sieht das Ganze schon relativ gut aus. Wir haben hier jetzt einen Platz, wo wir alles einlagern können. Können wir auch rausnehmen. Grab mal Spitzhacke reparieren. Äh, die Axt. Und dann können wir ja auch wieder rein. Sieht sehr gut aus. Also ich bin zufrieden damit. Sieht aus wie in einer Apotheke. Aber was soll's. So, und wenn hier so ein doofer Zombie kommt. Komm mal her. Dann laufe ich einfach davon. Guck. Und hofft, dass der nicht so schnell ist wie ich. So. Moment. Koordinationsschwierigkeiten. Gut. Alles okay. Alles gut gegangen. Gut. Dann haben wir hier oben eben noch. Irgendwo einiges an Ressourcen. Gerade mal gucken, dass ich das Richtige hier kohle. Wobei die Tiny Coal, die lasse ich jetzt mal hier. Auch sowieso hier oben bei dem. Aber hier. Da geht's los. Da geht's app. Alter. Quarz, Blackwarns, Kohle. Quarz. Essen. Moment. Hier ein bisschen wieder was weglegen. Alter, nicht wahr. Das haben wir alles. Das hab ich alles noch nicht. Hier alles essen. So. Das hat mich alles noch nicht eingew Meges.